Wenn es im Bundestag um das Thema Kinder geht, wünscht man sich mittlerweile nur eins. Betreuungsgeld für alle Politiker, die freiwillig zu Hause bleiben, statt im Kindergarten von Frau Merkel mit unseren Steuergeldern zu spielen. Lebt Kuchen und leuchtende Kinderaugen. So sieht ein perfektes Weihnachtsfest aus. Jenseits der Armutsgrenze sollte in Deutschland niemand aufwachsen. Und doch gibt es viele Kinder, die wissen, was es heißt zu verzichten. Yeah, yeah, okay. Bombenaube und aus dem Kriegsgebiet. Es gibt keine Ruhe, solange nicht die Liebe siegt. Alle sind verrückt und sie wollen an die Weltmacht. Gib mir drei Minuten und ich zeig dir, was die Welt macht. Unschuldige wollen so gern leben. Unmengen von Geld fließt in das Fernsehen. Und damit werden wir taubstumm gemacht. Schau, wir leben in einer Welt voller Bauschutt. Und Angst, es gibt keine Wärme in Zeiten der Eiszeit. Er packt sich die Steine und kämpft für seine Freiheit. Mamas Träne fließen ein, das ist kein böser Scherz. Herzen bleiben stehen, aber niemals ein Löwenherz. Wicke Amerika, diesen skrupellosen Hurensohn, denn es flockt so viel Blut durch Mutters Schuss. Sag, wieso hat man die Welt so verändert? Inside the Job, ja, der 11. September. Der neue britische Premierminister Cameron hat für Verwirrung gesorgt. In einer von der BBC übertragenen Radioansprache, anlässlich seines Truppenbesuchs in Afghanistan, sagte Cameron wörtlich, das World Trade Center sei am 11. September 2001 gesprengt worden. Lack, ich schick diese Augen in den Pyramiden, denn ich weiß, dass Zionisten Lügen lieben, solange der Westen Geld überlebt, entstellt. Siehst du weiterhin, wie ein Sohn in seiner Gegend fällt. Weißt du, wie es ist, wenn die Mutter ihr Kind verliert? Ich schlabere keinen Scheiß, weil's tagtäglich passiert. Allah, ihr Hammig sei niemals hoffnungslos. Allah, Gott ist groß. Ich kenn diese Atemzeiten, weiß, dass die Narben bleiben. Deswegen musst du den Vater greifen. Stark bleiben ist, dass A und O, doch um anzufangen ist. Die Last zu groß, ich werde fassungslos. Und anstatt was zu ändern in unserer Zeit, sind wir lieber auf der Jagd nach den Facebook-Likes. Kurden und Türken, ja, sie baden im Blutbad. Jeder schaut hin, aber keiner hier tut was. Wir sind Trends und müssen den besten Fonds vergiften, den Mann. Fick Amerika und hepp jetzt den Mittelfinger. Der rechte Bastard lebt wohl in seinen Plänen aus. Ja, Bruder, so sieht die Welt aus. Arme werden ärmer, es herrscht Existenzangst. Was soll ich sagen, Bruder, schau mal, was Geld macht. Geld ist die Weltmacht, niveaulose Gesellschaft. Werde spioniert, egal ob Anruf oder WhatsApp. Wieso werden sie bei meiner Religion? Rotz, Frech, Koch, Tuch oder Bats Bestandteil des Moslems. Steh auf, geh raus, du musst deinen Traum leben. Ich kenne vieles, aber nicht dieses Aufgeben. Wenn Freund und Elfer kann mich schmallen, der Bulle fickt. Radikal, was? Paragraph, ich mach nur das, was mir Allah sagt. Yeah, okay. Ich mach nur das, was mir Allah sagt. Check.